hallo herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com mein name ist michael maus heute geht es um werbetechnik der trick für werbetechniker um laminate besonders hier in dem fall mit polyester beschichtete laminate einzulegen beziehungsweise so einzulegen dass sie nicht reißen das machen wir schon seit jahren so und zwar ist das ganz einfach wir haben hier unsere oberfolie und oft ist es so dass man ablösen man schwierigkeiten hat dass sie erreicht wir nehmen ganz einfach oder aber auch paketband und dann haben wir nämlich hier durch das klebeband wenn es denn dann jetzt abgehen würde einen schutz das ist ein hartnäckiges zeug hier so dann haben wir nämlich die möglichkeit das ganze sauber abzuziehen und auch nachher in den rollen laminator einzulegen durch das klebeband durch das kreppwand gibt es der folie nicht die möglichkeit zu reißen also total easy jetzt in den laminator einlegen und dann geht's okay das lässt sich wirklich total einfach einlegen mit diesem trick noch eine sache zu solchen rollen laminatoren polyester beschichtete laminate besonders auch anti graffiti laminate und laminate bitte mit kalter walze im laminator vereinbaren so das war es auch schon falls sie fragen zu laminaten habt ihr unten drunter anrufen oder e mail schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten mal auf diesem kanal